Das ViewMedic Silenio Konzept der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland ist ein medizinischer Wandarbeitsplatz, bestehend aus Einzel- oder Mehrfachbildschirmen und einem integrierten Computer. Empfindliche Prüfungen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit und die Einhaltung von internationalen Normen. Damit eignet sich das Silenio Konzept besonders für medizinisch sensible Bereiche wie OP-Säle, Intensivstationen und Notaufnahmen. Der medizinische Wandarbeitsplatz lässt sich aus vorgefertigten und geprüften Baugruppen entsprechend des Bedarfs zusammenstellen. Monitore in verschiedenen Größen und Kombinationen, ein leistungsstarkes PC-System mit Intel-Technologie und weitere Komponenten werden flexibel zu einem Gesamtsystem zusammengestellt. Hierzu zählt der Einsatz von Intel Core i5- bzw. i7-Prozessoren, Arbeitsspeicher bis zu einer Größe von 8 GB, eine leistungsstärkere Grafikkarte, DVD-Multi-Drive-Laufwerk, WLAN-Ausstattung und bis zu vier serielle RS-232-Schnittstellen. Das Silenio Konzept umfasst wahlweise einen oder zwei Monitore. Diese sind standardmäßig mit den HDMI-Anschlüssen des integrierten PCs verbunden, lassen sich separat bedienen und mit verschiedenen Bildinhalten bespielen. Die Verfügbarkeit des DICOM-Preset gewährleistet zuverlässig Darstellung und Bildcharakteristik. Der Einsatz einer optionalen Kalibrierungssoftware ermöglicht den Abgleich mehrerer Monitore sowie jederzeit wiederholbare Ergebnisse. Außerdem sind externe Bildquellen zum Beispiel via HD-SDI anschließbar, sodass das Silenio Konzept für den Einsatz in einem modernen OP mit komplexer Videoausstattung geeignet ist. Weiter stehen verschiedene Maus- und Tastaturkombinationen zur Wahl. Zur bestmöglichen Verbindung ist an der Front des Gehäuses eine passende Halterung angebracht. Die Silenio Gehäuse sind so konstruiert, dass sie leicht und ohne Rücksichtnahme auf Beschädigungen desinfizierbar sind. Eine keimtötende und desinfektionsmittelbeständige Pulverbeschichtung mit nanoskaligen Molekülen bietet zusätzliche Sicherheit. Geschützt hinter der beidseitig entspiegelten Verbund-Sicherheitsglasscheibe befindet sich die berührungsempfindliche Sensorik zur Steuerung des Geräts. Diese Gerätebedienung ist hygienisch, verschleißfrei und funktioniert selbstverständlich auch mit OP-Handschuhen. Die Wartung der Silenio-Systeme kann schnell und einfach durchgeführt werden. Das Aufklappen der Front gewährt schnellen und einfachen Zugriff auf alle wichtigen Baugruppen und Komponenten. Das Fiumedic Silenio-Konzept bietet geeignete Lösungen für verschiedene Anforderungen. Konfigurieren Sie medizinische Wandarbeitsplätze entsprechend der räumlichen Gegebenheiten und Ihrer individuellen Anforderungen. Rhein Medical – We make your e-health come alive!